Dab, 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 so Leute, Geh wieder hin zu Dr. Wily! Nein, ähm, wir haben, sind ein Baum. Und wir sind Metall. Äh, 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 was ist, äh, die Blätter weht der Wind. Nein, wie rum war das nochmal? Heatman? Flashman? Clashman? Quickman? Okay, ich bin für Bubble. Er kriegt jetzt nochmal einen Einlauf. Aber, da ich der Meister des Schnippelns bin, ihr habt gesehen, wie ich die Stage schonmal gemacht hab. Ähm, wir sehen uns beim Boss. Oh Leute, wenn ihr wisst, wie ich hier durchgerusht bin. Ein Traum, ein Traum, ohne Leben zu verlieren. Guckt euch mal die Lebensleiste an. Ein wahres Blumenmeer. Ich werd mir Spastanman nochmal angucken und gucken, ob die Energien, die ich hab, was bringt. Vielleicht bringt ja irgendwie... Ei! Eis! Eis gegen Bubble. Friert ein. Macht Sinn. Wenn ich irgendwas machen könnte mit ihm. Bringt nichts. Schön. Okay, das war ja auch nur der Versuch. Da, ähm... Airman. Äh, Razerman. Wie auch immer er hieß. Wurstgesicht! Ich mach' ihm keinen Schaden! Was für'n Kack! Okay, Spaß. Die machen mich tot. So, dann muss ich ihn halt mit Normal kaputt machen. Ist ja echt, äh, Künstlerpech, dass hier nichts gegen nichts bringt. Okay, los geht's. Die Stage ist echt kein Ding und das... Sammeln von Energietanken ist auch nicht so das Problem. Alter... Und ansonsten geht's dir gut, ne? So. Erster Energietang. Alter, jetzt fängt er wieder an mit... Wie der mich manchmal nervt, ne? Freundchen, ey. Ich kann ihm halt nicht ausweichen. Wenn ich das mit Energietrinken nicht schaff, dann weine ich. Ähm, Energietrank nehmen. Tank. Trank. Energietrank! Yes, sir! Ein Pappelman liegt im Dreck! Er liegt im Dreck! Er liegt im Dreck! Er liegt im Dreck! Leute, dann mach ich einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich... voll mit Leben und voll mit Energietanks bin und volle Waffenenergie und alles. Bis gleich. Düm, düm, düm! Da sind wir wieder. Und, äh, ich bin dafür, wir schieben jetzt als nächstes, äh, was haben wir? Wir haben Bubble, Luftblasen. Was, gegen was ist das gut? Äh, 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 äh. Airman weht die Luftblasen weg. Oder? Quick kann ich dann einfangen, quasi, mit den Bubbles. Keine Ahnung. Ey, es macht alles keinen Sinn. Gehen wir zum Heatman. Meine schöne Logik ist dahin, weil hier die ganzen Verhältnisse geändert wurden. Einfach nur, weil... Ika sich gedacht hat... Ha! Was geht denn? Holy Macaroni. Oh, die... Was? Ihn kann man nicht töten. Alter, weg hier. Dich greife ich nicht nochmal an. Ich habe gelernt. Weg, 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 weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind das für Blöcke? Holy Macaroni. Was geht denn jetzt ab? Okay, 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 okay. No! Nein! Nein, es geht wieder los. Nein! Nein! Scheiße, egal! Egal! Ähm, ja. Ja, treff mich, das ist mir lieber, als wenn der Große mich trifft, da habe ich Bedenken. Das ist okay. Nehme ich hin. Jetzt kommt wieder dieses Gejumpe. Usa! Usa! Ada! 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 Wudu! Kama! Wieder seine gestörten Kinder, die er abwirft! Wo geht das denn da unten lang? Okay, 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 okay. Irgendwas sagt mir, dass ich nicht nach rechts will. Gehen wir nach links! 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 Ja! Mehr Energie-Tanke heißt, mehr Energie-Tanke heißt, mehr Energie-Tanke! Oder wie auch immer. Dam, 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 dam. Oh mein Gott. Holy Macaroni, was geht... Na! N-Nein! Pff! Ah, null Leben! Schön! Pff! Ich werde das offscreen, glaube ich, machen mit dem Pff! Weil ihr wollt das nicht tausendmal sehen! Oh Gott, like! Alter, was zur Heule! Wir sehen uns drüben! Drüben! Oh mein Gott! Alter, wie krass die sind! Hat gefühlte drei Jahre gedauert, darüber zu kommen, weil... Da waren so kranke Stellen, Leute! Das will ich euch nicht antun, ey! Ich hätte nur rumgegrölt und geschrien und... Das hab ich gesehen! Das hab ich genau gesehen! Wo geht das hier lang? Oh! 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 Oh mein Gott! Was zur Hölle! Schnitt! So, da bin ich wieder. Hier hab ich, glaube ich, aufgehört irgendwo. Ja! Schnitt! Mal wieder hier! Schnall! Hahaha! Witzig! Hahaha! So, da bin ich wieder. Und, ähm... Was auffällt ist, äh... Das... Ja... Wie kann man es am besten sagen? Die Panzer werden hier runterfallen von den, äh... Schildkröten... Schnecken, Schnecken! Schildkröten! Die machen Schaden! So schnell weg hier! Oh, nein, 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 auf keinen Fall! Was? Was ist denn das für ein Kack hier? Okay, das ist schon mal besser. Ich will nicht da unten in die Blöcke rein müssen. Mache ich lieber so. Okay, dich, äh... Konter ich ganz einfach aus. Tada! Gucken wir doch mal, was er so kann. Was probiere ich zuerst aus? Eis. Eis gegen Hitze. Oh, yes! Oh mein Gott, wie schnell macht er mich denn tot, der Frittösenmann? Bis gleich! Scheiße! Da sind wir wieder, da sind wir wieder. Diesmal nehme ich Eis direkt und, äh, verwende auch einen Energietank, wenn es sein muss. Ja, Schnitt! Und damit wieder zurück! Alpino-Megaman! Blockt das! Sicher, jetzt kommt der nächste Energietank. Schnitt! Huhuhu, endlich wieder! Ich verkack das sogar mit Energietank. Bitte! Ich hab jetzt auch nur drei dabei. Oh, der geht eigentlich. Ist das immer nur das gleiche? Okay, ich nehm einfach den Energietank. Warum kann ich nicht startdrücken? Warum lässt er mich nicht startdrücken? Ich hab gegen den Zeit getippelt. Schnitt! Ja... Ein Traum. Danke, dass ich das jetzt auch nochmal drücken darf. Das ist sehr großzügig von dir. Ja, schieß bloß nicht in die Richtung. Ja. Ich glaub, das ist sein Ende. Bäm! Alter, bäm! Wie viel Versuch hab ich gebraucht? Ich hab jetzt keinen Energietränke mehr. Das heißt, ich darf gleich wieder auf Farben gehen. Egal! Er liegt im Dreck! Im Dreck liegt er, im Dreck. P! P! Juppen-Doppen-Glocken-Pidoppen! Ähm... Ja! Juhu! Du bist es, Neger-Man! Ich zieh meinen Schlüpper aus! Eins! Eins! Ah, die Eins-Power! Ja, ja! Die Eins-Power kenn ich sogar vom zweiten Normalen. Eins-Power aktiviert! Jetzt bist du noch schwuler Schön Stay select Und das war's dann auch heute wieder gewesen Euer Lenu ist over out und wünscht euch gutes Genesen